Ja, ich müsste halt mal gucken, ne? Ich müsste mal in die Truhen reingucken, ob noch was da ist. Erstmal alles nachkaufen. Wir kaufen hier ein bisschen Weizen. Wir kaufen hier ein bisschen Obst, Fleisch und Gemüse. Ja, Hammer. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt schauen wir mal, ob oben die Leute liegen. Na, wo sind meine Zimmer hier? Ich kann nicht mehr hier. Hier, seht ihr das? Es kommen keine Gäste mehr. Ich weiß nicht, warum da keine Gäste mehr kommen. Ob das ein Bug ist? Ich weiß es nicht. Seht ihr das? Die sind leer. Und ich weiß beim besten Willen nicht, warum. Das ist falsch. Eine Area 256 Tiles. Das ist falsch. Ich weiß nicht, warum die mehr kommen. Die waren immer voll. Die Musik ist so geil. Alter Schwede, die ist so geil, die Musik. Und hier seht ihr es auch, ne? Ist keiner mehr drin. Entweder ist das Buggy. Kann ich hier eine Meldung schicken? Discord. Da war ein Master. Hallo. Jemand hat mir auf Discord geschrieben, ob ich mit dir irgendwas machen könnte. Ja, vergiss es. Das war der... War es nicht mehr? Das war Marik oder was? Ich weiß ja nicht, was du so magst. Was stehst du da? Ja. Wir können ja mal... Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Iguese Schnitt. Machen wir mal nächsten Tag. Stats Crafter, wir machen das mal nicht jetzt hier im Livestream. Wir machen das mal im... Keine Ahnung. Machen wir mal privat. Was schon privat, gell? Nicht hier jetzt live. Aber danke, danke. Wir machen... Vielleicht machen wir mal was. Ich weiß es nicht. Weil ich kann ja nichts. Nils ist dumm. Nils kann keine Shooter. Nils ist dumm. Nils muss solche Spiele spielen. Aber ich spiele die gerne hier. Guck mal, wie die kommen hier. Schau mal, wie die da sitzen. Ein Mönch mit einem Kreuz. Guck mal, ja, schön, ja. Oh. Ach, das war eine Veranstaltung. Okay. Was haben wir denn für Aufgaben? Geräuchertes. Ja, geräuchertes. Wäre cool. Kauf für beliebige Zutat. Hier. erhöhtes Level eines beliebigen Mitarbeiters. Okay. Bediene 6 von 8. Königling. Okay. Gucken wir mal, das ist eine Elf. Schau mal. Das hat ein... Soweit ich das gelesen habe. Ein einziger programmiert. Der hat allerdings eineinhalb Jahre dafür gebraucht. Für dieses Spiel. Hat sich unglaublich gut verkauft. Hat leider nur... Ja, eine Spielzeit von ungefähr 10 Stunden oder was. Tod ist cool. Tod, you, Tod. Wenn das Spiel nicht so teuer wäre, würde ich es Tod schenken. Obwohl ich kein Geld habe. Aber... Einige Fässer sind leer. Oh, gleich runtergehen. Fässer aufmachen. Leute wollen Geld verdienen. Ja, das Mäht ist klar. Es war eine Veranstaltung. So, mit der Forschung sind wir gleich durch. Ja, guck mal. Ich habe das vergessen. Man kann das so anhalten. Und dann, ja, das waren Fehler. Ja, schick. Müssen wir uns halt mal zusammensetzen. Du musst halt immer überlegen. Ich kann halt nichts gescheit spielen. Nils ist dumm. Oh, guck mal, wie die Zahlen runtergehen. Ja, gleich habe ich es. Ja, endlich. All done, Errungenschaft. Gut gemacht. So, und jetzt kriege ich irgendwie einen Lolli. Oder vielleicht Fisch und Chips. Gar nicht Fisch und Chips. Wieder mal die Arschkarte gezogen. Ich kriege gar nichts. Na, na ja. Was, zwei Fächer Fässer sind leer? Wie? Nein. Ist keine Fässer leer. Oh, nein. Hier bei ihm. Ich gehe jetzt nicht mal alle zu ihm, ne? Ja, Mäht ist halt leer. Ja, es ist egal, es wird sowieso. Warte mal. Die Musik ist halt schön, ne? Ja, die Musik ist schön. So. Leute. Ich melde mich bei... Wie heiße ich? Oh mein Gott, Leute. Na ja, schau mal halt schnell rein. Wie heiße ich denn auf Discord? Nils ist dumm. Nils ist dumm. Oh, die Musik ist so lauter, kriege ich Kopfschmerzen. Warte mal, ich mag mal hier die Musik ein bisschen leiser. Discord. Oha, habe ich kein Discord gehabt? Nils Gaming. Es kopierte, das ist cool. So einfügen. also gut ich er hat irgendwas neues eingeführt in das spiel aber ich weiß nicht ach so die errungenschaften hat er reingemacht da kommen auch mal noch einmal dann machen wir was anders das läuft ja noch hier oben mal gucken wir brauchen kokosnüsse ok pilze und grüne erbsen ok dann hau rein gehen wir mal nach unten kokosnüsse braun mal immer hier hier schön zurück schicken wieso bin ich denn immer noch auf 77 die waren doch alle mal höher fuß sind es teuer halleluja kostet das geld dann erbsen und was haben wir noch gehabt walnüsse brauchen wir noch weil das sind ja kommen haben wir noch einen hätten wir noch aber wir haben keine walnüsse sind das walnüsse das ist teuer ich auf discord tot tot macht's richtige vernetzt sich hier mit den leuten sehr gut gemacht das nennt man netzwerken ganz wichtig so viele freunde wie möglich haben ja ich weiß nicht bettiene acht königliche hammer geräuchertes passt serviere einen tag lang nur suppen wow ok das macht man das können wir machen meine damen meine herren ich glaube ich gehe mal doch in roblox rein vielleicht ein bisschen spinnen simulator oder irgendwie sowas das ist gucken wir mal nur suppen hier unten noch maschine gemüsesuppe lauchsuppe tomaten suppe pilzsuppe erbsen eintopf fisch eintopf ich habe noch nie ein fisch eintopf gegessen er findet mich nicht wieso findet er mich nicht hier bin ich doch hier da nils gaming bin ich doch hier so was ist denn das ich habe eine chat nachricht will das spiel auch haben tot für 14 euro vergiss es das das lohnt sich nicht das ist ein spiel für fünf euro für vier euro aber nicht für 14 euro aber wenn du es willst dann kauf sonst gucken wir mal hier haben jetzt die summe gemacht ja nur suppen also ich würde gerne essen eine gute tomaten suppe eine lauchsuppe auch gut ich habe ja mal zwei jahre in der küche gearbeitet als kükenhilfe lauchsuppe auch sehr schön eine gemüsesuppe die schnell weiß ich nicht dass du was netz hat pilzsuppen sind gefährlich da wenn da falscher pilz drin ist dann gibt es nix mehr gut dann bist weg erbsen kann ich überhaupt nicht fisch eintopf habe ich in meinem ganzen leben noch nicht vergessen auch eine geile musik